Dein Gehalt kann man, glaube ich, also im Fußballgehalt kann man online, glaube ich, nachsehen, ne? Ja, kann man nachschauen, könnt ihr ja mal gucken, also super. Was finden wir da? Ja, komplett unrealistisch, aber ich weiß gar nicht, woher, also woher solche Daten kommen, weil jeder Vertrag ist ja verhandelt. Also entweder hätte mein Berater den Wikiapedia-Eintrag gemacht oder ich selber oder mein Sportdirektor. Ja, der Sportdirektor. Ja. Irgendwo kommt es ja immer raus. Ja, aber das, was im Internet steht, stimmt leider nicht. Okay, also musst du deine Brötchen, wenn du es flott hinter dich bringen willst, woanders verdienen? Nicht mal so, also es ist echt wenig, so. Also nicht falsch verstehen, aber für einen Fußballprofi ist es wenig. Da verdienst du, glaube ich, als Maler, Lackierer gefühlt mehr. Echt? Ja, also mir wurde das einmal im Stream gezeigt und dann habe ich gesagt, wie soll ich denn da leben? Ja. Also es war echt wenig. Ich weiß jetzt nicht die genaue Anzahl, deswegen. Und wie soll ich mal sehen? Wege.